Da sieht man diesen hohen Ton, dann muss der noch gebeltet werden und da gehen ja dann schon vorher die Rollläden runter. Du schmeißt all deine Kraft an, die du hast. Hier kommt die Schritt-für-Schritt-Anleitung, was du tun kannst. Damit du jeden Sound so singen kannst, wie du möchtest, ohne dich anzustrengen und zu brüllen, brauchst du eine unabhängige Zunge. Ein Tong-Balance Vocal Training gibt dir genau die Techniken an die Hand für deine Zunge, die dazu führen, dass deine Stimme in jedem Sound freier und leichter führbar ist. Wenn dich das interessiert, dann schreib mir Tom und ich melde mich mit Infos.